Hallo und herzlich willkommen an die Zwillinge. Mein Name ist Julia Aurelia und in diesem Video schauen wir uns deine Energien im Mai an. Das Ganze machen wir mit dem Seelenreise-Tarot. Das verlinke ich dir zusammen mit den anderen Orakelkarten, die ich heute nutze auch unter diesem Video. Und dann würde ich sagen, starten wir mal damit, deine Energie in die Karten zu geben. Okay. Was ist die Energie für die Zwillinge im Mai? Die Zwillinge im Mai. Was ist die Energie für die Zwillinge im Mai? Wir ziehen die Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und zusätzlich das, was du nicht kommen siehst. Und bereiten dich damit bestmöglich vor auf den Monat. Was ist die Energie für die Zwillinge im Mai? Was ist die Energie für die Zwillinge im Mai? So, Vergangenheit. Oh, Hallöchen, guck dir das mal an. Die Acht der Stäbe, dann haben wir die Neun der Kelche und die Kraft. Wir sehen den Ritter der Kelche, König der Münzen. Wow, Bube der Stäbe. Dann sehen wir die zwei der Kelche, den Ritter der Münzen und den Herrscher. Und am unteren Kartenrand das Ast der Kelche. Halleluja. Wow, was für Hammerkarten. Okay, dann lass uns mal vorarbeiten hier oder durcharbeiten und zwar von der Vergangenheit rein in die Gegenwart. Das hier und jetzt die Gegenwart ist für dich die Energie im Mai. Das ist alles, was vorher war und das kann Ende Mai sein oder sich auch noch reinziehen in den Juni und damit eine kleine Vorschau auf den Juni sein. In der Vergangenheit sehe ich zum einen sehr viel Bewegung. Wir sehen das Thema Reisen, das Thema Umzug könnte hier eine große Rolle gespielt haben. Reisen, Umzug, Bewegung, Aktion, viele Dinge, die passieren, gefühlt auch ein bisschen Chaos, aber das Ganze recht positiv. Das Ganze eigentlich schon fast mit so einer positiven Aufregung verbunden. Das ist diese Energie, wenn sich Dinge irgendwie weiterentwickeln. Dinge kommen ins Rollen und zwar auf positive Art und Weise und man ist, man hat vielleicht so ein bisschen positiven Stress. Ja, hin und wieder kann die Acht der Stäbe auch so ein bisschen reinfallen in negativen Stress, wo man sagt, boah, mir ist es gerade ein bisschen zu viel. Ich habe irgendwie das Gefühl, es bewegt sich so viel oder es ist so viel chaotisch oder es gibt so viel zu tun. Ich habe gar nicht so die Zeit, um irgendwie runterzukommen. Also da könnte die Acht der Stäbe durchaus auch eine Energie in der Vergangenheit sein, die ein bisschen chaotisch und negativer Stress quasi belastet ist. Auf der anderen Seite aber die Energie, gerade mit den anderen Karten, die wir hier sehen, ist tendenziell, ich würde sagen zu 90% sind Dinge sehr positiv vorwärts gegangen. Es war viel Bewegung, viel Veränderung drin in der Vergangenheit und auch mit den neuen der Kelchen das Thema glücklich und zufrieden sein. Also auch deswegen sage ich hier in dieser Kombination sehen wir, dass es in der Vergangenheit echt busy geworden ist. Also du warst sehr viel beschäftigt. Ich habe auch das Gefühl, du warst so ein bisschen hier am machen und da am machen. Ich kriege so ein bisschen eine Multitasking-Energie rein. Aber in der Essenz hat sich das alles sehr glücklich gemacht. In der Essenz warst du recht zufrieden damit, wie die Dinge laufen und hast dich auch nicht aus deiner Kraft oder aus der Ruhe bringen lassen. Das sehen wir im Prinzip hier mit der Kraft. Und die Kraft, die hier in der Vergangenheit liegt, sagt definitiv, in der Ruhe liegt die Kraft. Also du hast dieses schnelle Bewegen, Aktion, Reisen, Umziehen, was auch immer viel beschäftigt war, auch wenn es ein Geschäft ist, sage ich mal, wo dein Geschäft sehr gut gelaufen ist, sehr vorangelaufen ist oder ein Projekt ist, hat sich gut weiterentwickelt. So sehen wir mit der Kraft definitiv, du hast dieses Schnelle dich nicht aus deiner inneren Mitte oder aus seiner Kraft ziehen lassen. Ähm, ebenfalls könnte es sein, dass die Vergangenheit ein Element beinhaltet, wo du mutig sein musstest, wo du gesagt hast, okay, ist klar, ähm, ja, da bewegt sich jetzt so ganz viel, okay, wir gehen jetzt den Schritt oder ich gehe jetzt diesen Schritt und ich bin jetzt mutig, folge meinem Herzen hier und gehe in die Aktion, in die Bewegung. Ähm, auch das Thema Geduld, was ganz spannend ist, weil wir insofern einen kleinen Zwiespalt hier haben, von Bewegung, Bewegung und dann Geduld. Es kann natürlich sein, dass es eine Sache gab, da wo sich zwar sehr viel bewegt hat, äh, wo vielleicht auch eine gewisse Veränderung oder eine schnelle Veränderung passiert ist, aber auf gewisse Art und Weise, wie dieses Element hier haben, von, okay, ja, aber mit irgendwas musst du dich noch gedulden. Irgendwas, ähm, geht nicht von heute auf morgen. Und das, wie gesagt, sehen wir hier. Gleichzeitig die Neuen der Kelche kann bedeuten, dass du, ähm, hier eine Wunscherfüllung hattest. Also sich hat, erst mal, alles hat sich hier in die richtige Richtung wirklich bewegt. Irgendwas hat dich sehr glücklich gemacht. Irgendwas war sehr zufriedenstimmend, ähm, und ähm, kann eben auch zu tun haben hier, dass diese Thematik der Bewegung oder das, wo du mutig sein musstest, dass da ein Wunsch ist, dass du einen gewissen Wunsch hast und sagst, ah, ich wünsche mir, dass das sich in diese Richtung entwickelt, aber bis sich das dahin entwickelt und bis wir quasi ankommen oder bis ich ankomme, hier an meiner Wunscherfüllung muss ich noch geduldig sein. Das ist das, was wir hier sehen. So, wo, also, war im Prinzip ein Test deiner inneren Kraft, deiner inneren Stärke und deiner Charakterstärke gegebenenfalls auch. Im Hier und Jetzt, ähm, okay, wir haben einiges, was im Mai passiert. Zum einen kommt ein neues Angebot rein, ein Angebot oder eine aufregende Nachricht kommt rein. Die hat auf irgendeine Art und Weise etwas zu tun mit einem Neuanfang. Ähm, es könnte sein, dass du der oder diejenige bist, der oder die einen Neuanfang initiiert. Du startest etwas Neues, was sich brennend interessiert oder wo du mit Leidenschaft dabei bist. Das könnte das Thema Kurse sein. Vielleicht gibst du einen Kurs oder vielleicht machst, machst du einen Kurs oder eine Weiterbildung. Vielleicht hast du ein neues Hobby. oder es gibt ein, äh, sonstiges Angebot, ähm, im Mai, wo du sehr positiv bist und sehr optimistisch und sagst, oh ja, das schaue ich mir jetzt mal irgendwie genauer an. Also, ich sehe diesen Impuls, der gegeben wird, zu einem Neuanfang und irgendwas, wo du sehr positiv, offen und optimistisch bist. Ähm, auch hier könnte es sein, auf gewisse Art und Weise, dass das Thema wieder ist, äh, mutig sein. Vielleicht musst du hier mutig den ersten Schritt gehen, raus aus deiner Komfortzone und einfach mal machen. Ähm, du bist im Mai motiviert von einer Situation, entweder hörst du extrem auf deine Intuition und dein Herz und das ist das, was dich nach vorne zieht oder du bist motiviert von der Idee, hier in einer Angelegenheit dein Glück und deine Erfüllung zu finden. Gefühlt auch da in der Essenz könntest du sagen, dein Herz treibt dich hier weiter, treibt dich voran. Dein Herz ist das, die, die ziehende Kraft im Monat, abgesehen von diesem Impuls, eine Nachricht, ein Angebot, was von außen kommt oder etwas, was du raussendest, ähm, wird auch gleichzeitig etwas sein, ähm, was dein Herz höher schlagen lässt oder was dein Herz glücklich macht, ähm, oder was auf irgendeine Art und Weise, wie gesagt, eine Herzensangelegenheit ist. Das könnte sich natürlich beziehen auf eine Partnerschaft, auf eine Beziehung in deinem Leben. Hier kommt vielleicht eine aufregende Nachricht rein oder ein Neuanfang innerhalb einer Partnerschaft und, ähm, man hat hier vielleicht schöne gemeinsame Stunden zu zweit oder ein Treffen, äh, wo man viel über Gefühle redet oder Spiritualität redet. Etwas, wo, äh, man einfach eine schöne Zeit zu zweit hat. Und das ist, ähm, etwas, was ich hier für dich im Mai ebenfalls sehe. Ein weiterer Fokus im Mai wird für dich das Thema Stabilität und Sicherheit sein. Ähm, das könnte sich natürlich beziehen auf die Finanzen und den Beruf, gerade für all diejenigen, wo es hier um eine Situation geht, wo vielleicht berufliche Impulse gegeben werden, als irgendeine Art Neuanfang gibt, wo du deinem Herzen folgst, wo du etwas tust, was dir sehr am Herzen liegt. So habe ich das Gefühl, sehen wir hier auch unter anderem mit dem König der Münzen diese Energie von, ähm, dass die Finanzen recht gut laufen, dass man quasi, sag ich mal, jetzt, ähm, sich so ein bisschen mehr fokussiert auf die Aufrechterhaltung und den Schutz der Finanzen oder, ähm, dass man, sag ich mal, sich gut und, lass mich kurz weiter reinfühlen, es ist nicht das Kümmern, es ist eher so, okay, ich mach mir jetzt einen Plan, wie es finanziell weitergeht, wie es beruflich weitergeht und ich sehe dich hier als sehr verantwortungsbewusst, was ganz spannend ist, weil wir verschiedene Energien haben, äh, der Bube der Stäbe ist eher so, ja, und du sagst, okay, ich starte das jetzt, bam, ich folge meinem Herzen, das heißt, hier haben wir nicht so wirklich die Verantwortungsbewusstsein, dieses Verantwortungsbewusstsein, aber hier kommt es einmal zusammen und das ist mega, weil wir sehen dadurch, dass du nicht nur etwas initiierst und es einen Neuanfang gibt, wo du deinem Herzen folgst, sondern du gehst auf diese Situation mit der nötigen, mit dem nötigen Verantwortungsbewusstsein an und das kann eben zu tun haben mit den Finanzen oder mit einem Job, mit dem Beruf, ähm, oder, ähm, es kann sein, dass du dir, ähm, einen Berater suchst, äh, oder, dass hier irgendjemand ist, der, sag ich mal, recht gut im Business ist oder recht gut in den Finanzen ist, der dir beratend, sorry, dass du das gerade hörst, ich glaube, das ist jetzt nicht zu überhören, ich wohne auf einem, äh, Bauernhof und hin und wieder, äh, äh, ist dann, sind dann hier die Leute, die ebenfalls noch hier wohnen und die, ich glaube, das ist ein Rasenmäher, anyway, so, sorry dafür, du weißt Bescheid, komische Geräusche, hier ist, äh, der Bauernhof. So, Dille, also, es kann sein, dass du hier einen Berater hast, jemanden hast, ähm, der, ähm, sich gut unterstützen kann, was das Thema Stabilität und Sicherheit angeht, diese aufzubauen, auszubauen und dann auch zu schützen. Wenn es nicht um Finanzen und den Beruf geht, geht es mit dieser Karte aber auch um das Thema Familie und Zuhause, also auch könntest du jetzt sehr verantwortungsbewusst sein, äh, was das Thema Familie angeht oder was dein Zuhause angeht oder beides, äh, im Prinzip, wo wir hier auch einfach eine große Stabilität und Sicherheit haben. In der Essenz könnte man auch sagen, einen Neuanfang, den du jetzt initiierst, wo du deinem Herzen folgst, wo es gegebenenfalls, wenn es um Beziehungen geht, zu einem Treffen und zur Kommunikation kommt oder in beruflichen Angelegenheiten etwas ist, was dir sehr am Herzen liegt, eine Herzensangelegenheit, kommt es jetzt zu Stabilität und Sicherheit innerhalb dieser Angelegenheit. Gehen wir einmal nach vorne, auch da, das, das Thema, das ist so krass hier Leute, auch hier das Thema ist Partnerschaften und Verträge in der Nahen Zukunft und hier haben wir eine Partnerschaft oder wenn es eine Partnerschaft ist, kann es immer eine Freundschaft, eine berufliche Partnerschaft, irgendwas in der Familie sein oder auch dein Liebster, deine Liebste und wir sehen hier eine harmonische Partnerschaft mit, in der beide Parteien, sage ich mal, in die gleiche Richtung schauen, ähm, die gleichen Visionen, die gleichen Vorstellungen haben, wir haben hier also eine harmonische Partnerschaft auf Augenhöhe, ähm, ebenfalls kann es zu einem Zusammenschluss kommen auf irgendeine Art und Weise oder zu einem Vertrag, gerade weil wir hier den Ritter der Münzen sehen und auch noch der Herrscher, also vielleicht jemand in autoritärer Position, mit dem jetzt zusammengearbeitet wird, ähm, was auch wieder hier Sinn machen würde, dass du hier vielleicht einen Berater hast oder, dass du dir jetzt Ziele setzt zu deinem Beruf oder den Finanzen oder deinem Zuhause und die Familie und diese werden dann in der nahen Zukunft bereits umgesetzt, sehr verantwortungsbewusst, ähm, und mit dem, äh, nötigen Know-How, würde ich sagen, ebenfalls mit dem Herrscher hier. Ähm, genau, also ein Vertrag, ein Zusammenschluss, eine Partnerschaft, man arbeitet an langfristiger Stabilität und Sicherheit, egal in welchem Sektor, sage ich mal, deines Lebens und hier auch nochmal dieser Expertenrat, der hier liegt. Es könnte sein, dass du selber jemand bist, der in eine Führungsposition übergeht, jemand der, ähm, sage ich mal, ähm, vielleicht bist du selber ein Trainer, ein Chef, ein Coach oder jemand der anderen etwas beibringt oder beratend zur Seite steht und das haben wir hier ebenfalls unter dem Herrscher. Ähm, ebenfalls in der nahen Zukunft kann es sein, dass jetzt es wichtig ist, gewisse Routinen zu haben. Routine, Ordnung, Struktur, das ist der Ablaufplan, an den wir uns jetzt hier halten und, äh, an dem wir uns jetzt halten, während wir an etwas arbeiten, wo wir die Energie und die Zeit reinstecken in eine Angelegenheit und es kann sein, dass du dich hier in der Zukunft auf, ähm, absicherst, finanziell und beruflich oder was eine bestimmte Beziehung angeht oder was das Zuhause oder die Familie angeht. Hier wird sich gefühlt abgesichert, geplant, strukturiert. Definitiv ist ein Fokus auf das Thema Sicherheit in der Zukunft und Verantwortungsbewusstsein ist hier groß geschrieben. Was siehst du denn aktuell noch nicht so kommen? Wir haben hier das Ast der Kelche und was du vielleicht jetzt gerade zum Zeitpunkt dieser Legung nicht kommen siehst, ist ein glücklicher Neuanfang, der großes Potenzial beinhaltet auch langfristiges Glück und langfristige Erfüllung. Also das Ast der Kelche, ein Neuanfang, ein neues Potenzial. Absolut auch das Thema Frühlingsgefühle, etwas wird leichter werden. Also auch hier, naja, wenn hier jetzt etwas sehr, sehr, äh, etwas erforderte Mut, auch hier haben wir sehr viel das Thema Verantwortung, Verantwortung, Struktur, Stabilitätssicherheit, sich absichern, ähm, haben wir hier aber die Energie der Leichtigkeit. Also irgendwas wird wieder leichter, es wird einen Neuanfang geben, ob eine neue Beziehung oder einen Neuanfang innerhalb einer Beziehung, vielleicht auch ein Angebot, was hier gemacht wird, irgendwas, wo du in der Essenz spürst, boah, ich glaube, das hat ein echt gutes Potenzial, aber in der Essenz auch ein Potenzial darauf, dich wirklich glücklich zu machen und zu erfüllen. Ja, ihr Lieben, was ich jetzt machen möchte, ich mache tatsächlich etwas ein bisschen anders, als ich das bei den anderen Legungen gemacht habe, weil ich tatsächlich gerade die Krebse gemacht habe und die Krebse haben mich geflasht in der Erweiterung. Und das möchte ich bei euch jetzt auch machen, ähm, und zwar möchte ich mir, eigentlich habe ich bei den meisten Sternzeichen jetzt geschaut, was ist denn deine größte Herausforderung in dem Monat und wie kannst du da gut durch navigieren? Was wir jetzt machen ist, wir nehmen schon den Schwerpunkt so ein bisschen in diese Richtung, aber ich möchte jetzt wissen, in dieser Erweiterung, die wir jetzt für euch machen, was ist denn, ähm, das auf deiner Heilreise, auf deiner persönlichen und spirituellen Heilwerdungsreise, was jetzt im Mai nochmal Thema ist. Was solltest du also lernen und umsetzen, um jetzt weiterzukommen in deiner persönlichen und spirituellen Weiterentwicklung und dementsprechend auch auf deiner persönlichen Heilwerdungsreise. Und das in der Essenz, da können wir sehen, dass es das ein oder andere vielleicht gibt, was dich herausfordert, weil Herausforderungen das ist, was uns wachsen lässt. Und, ähm, ja, deswegen habe ich mich entschieden, weil die Krebse gerade mich so krass geflasht haben und es so krass in diese Richtung geht, dass ich das mit euch auch machen würde, möchte. Und in der Zukunft mache ich das mit allen Sternzeichen, äh, sehr wahrscheinlich auch so. Also für all diejenigen, die jetzt hier schauen und sagen, ah, bei mir ging es aber eher um die Herausforderungen. Ja, ähm, ich hoffe, das hilft dir, dich gut durchzunavigieren. In der Zukunft gehen wir vermehrt auf das Thema Heilung, spirituelle und persönliche Weiterentwicklung ein. Dementsprechend sage ich jetzt vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Auf Vimeo oder Patreon kannst du mir jetzt folgen für deine Erweiterungen. Die Links findest du wie immer unter diesem Video. Und dann starte ich jetzt mit der Erweiterung. Wir schauen uns deine persönliche und spirituelle Heilwerdungsreise an. Also bis gleich. Mua. 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 olhos. Mua. Mua. Mhm. Mua. Mua. … et maps a islands, trop Ja.